Hier den Storm, den Storm-Mochimaboshi. Scheiße, 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 nichts wie weg hier. Gut. Ihr werdet euch jetzt sicher denken, dieser Boss-Gegner sieht doch so leicht aus. Warum beschwere ich mich da? So, jetzt kommt's. Er macht solche Minions, die er jederzeit dann auf seinen Rücken mit sich rumträgt. Und sobald seine HP auf Null sind, fangt er an, seine Minions zu fressen, um sich zu regenerieren. Und wenn es nicht scharf, wer recht zeigt, so viele Minions wie möglich abkacken zu lassen, dann kann es sein, dass er sich bis auf ein Viertel seiner HP wieder hochhält. Fuck it. Oder solche nette Schmähs machte er auf einmal. Oh yeah. Was zum... Ah, jetzt macht er noch mehr Minions. Komm schon. Oh, ja. Oh, okay. Oh monOM. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich glaube jetzt kommt leider spannende teil von dem kopf ich muss mich so konzentrieren und ich möchte anleiten ich spiele immer noch auch normal jetzt wird schlimm ja jetzt haben wir drei bonus auf den arsch gott dafür haben wir drei ziele mehr und jeder treffer bei einer epona zieht jeder sieht im allgemeinen was auch aus wir haben sie nicht mit irgendwelchen doppelgängern zu tun die deren hp nicht beim schaden berücksichtigt werden nein hier wird der schaden von allem bei den hp berücksichtigt auch gott er mit dir schon geht doch und wenn wir alle drei dann kriegen haben wir die eine auch dann gekriegt gott der kampf ist übel der kampf ist übel ich habe ihn gehasst es waren fünf runs die gebraucht haben und die kann mit ihren blitzen auch ein heavy status inflicting auch der erste teil vom kampf finde ist fast nur der schwerste die die nein 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 ich habe schon weg hier so kann ich auch viel schaden reißen stimmt relativ viel schaden aber Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist so knapp hier. Wooo! Okay. Komm schon her mit dir, doof, fuh, 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 fuh. Oh Gott. Ah, okay, jetzt geht's in den hier rein. Ich finde es nur so cool, wie sie einen fressen wollen, aber es macht überhaupt keinen Schaden. Woa, woa, weg hier! Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, 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 oh Nur Schaden, die Kacki aufreißt. Oh Gott. Okay, so lange ich hier bleib. Geht's mir eigentlich relativ gut. Yes. Huh. Wow, ziemlich knapp. Oh, oh, wer kommt jetzt? Oh, er. Er sah ziemlich übel. Vor allem, sobald er ungefähr bei der Hälfte der HP ist, wird er ein richtig blödes Arschloch. Okay, es ist ungefähr gleich wie zu meinem Run, also vom Schaden her. Ich kriege jetzt halt einen Schaden pro Treffer mehr, kommt mir vor. Aber es sollte machbar sein. Oh Gott, yep. Okay. The fuck it? Ah. Oh Gott. Oh Gott, wow, 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 nix wie weg hier. Es sieht danach aus, als würde ich noch einen zweiten Versuch brauchen. Es sieht momentan echt so aus, sie haben zwar so ziemlich runterkaut, oh Gott, komm schon, meine Fresse. Was zum Teufel ist das hier? Was war das gerade eben? Das ist das erste Mal in diesem Game, dass ich diesen Move gesehen habe. Ist das irgendein Uber-Move oder? Ah, verstehe. Oh, oh, hier haben wir unseren Endgegner, Leute, den wir über drei verfickte Formen battlen müssen. Und wir haben Gott sei Dank das Amulett dabei. Also das heißt, wir dürfen einmal in diesem Kampf sterben und werden dafür dann wiederbelebt mit der vollen HP. Hat mir extrem den Arsch gerettet. Gott, ich bin so konzentriert. Ob das hier jetzt schafft. Mittlerweile weiß ich jetzt, dass sie mit dem Burst-Modus einen Spezial-Move aktivieren kommen, wenn ihr will. Okay, das ist jetzt ein wenig tricky. Der hat eine Barriere. Und am Anfang haben wir gedacht, what the fuck, ah, Wirbelwind. Und man muss da eben mit dem entsprechenden Zaubern ran. Um diese Barrieren zu zerstören. Was jetzt eh gut passt, der geht gleich in den Feuermodus über. Okay. Okay. Gott. Okay, das heißt, ich habe generell einen gruberen Angriff im Burst-Mode. Egal, was ich mache, es bleibt immer der gleiche scheinbar. Oh Gott. Final Form, die ist so motherfucking annoying und schlimm. Vor allem da jetzt ein Heavy-Status-Hop. Okay, gut. Ich lebe noch. Jetzt muss ich halt diese verfickten Zeilen hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Laser, Feuer mit dem Laser, weg da! Oh, oh, oh. Gott. Ich kriege immer wieder mit einem Schwerleifersammelbruch, das ist ein Spille. Jetzt war aber noch nicht sein UBER-Angriff. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, in dieses Feld werde ich hier reingezogen und sobald man da einmal drinnen ist, ist mit einem Insta der gleichzusetzen. Nein, 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 nein Nein, 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 weg, 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 weg! Aus, 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 aus! Fuck it, fuck it, weg! Oh Gott, jetzt macht er nur eins! Nein, rein, 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 rein! Wow, 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 fuck knapp. Einmal drinnen bist du tot, einmal drinnen bist du tot, verdammt! Einmal drinnen bist du tot! Nicht Laser! Nicht Laser! Nicht Laser! Seht ihr was für ein Schorn? Dieser Laser macht verdammte Kacke! Gott, das hab ich jetzt recht gut überlebt. Sehr souverän gelöst, Storm! Sehr souverän gelöst! Oh fuck it, Mensch! Ach komm schon! Ist das jetzt nur schaff? Das schaff ich nimmer, das schaff ich beim besten Willen nimmer. Komm schon, komm schon, geht raus, verdammt nochmal! Yes! Oh yeah, Bitch! Yes! Yes! Wuhuu! Geil! Oh! Gott! Everyday Glory! Yeah! Wuh! Yeah, das war der Buzz Rush Mode aus Is Origin. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und das nächste Mal probieren wir mal Halo Nightmare! Fuck it!